Jo, grüß Jott. Letzte Aufnahme für diese Session. Ist auch schon wieder ein bisschen länger als geplant, aber egal. Ähm, wir gucken mal, was die letzte Folge, ja, an Geld gebracht hat. Hammerswing? Achso, ich würde gerade sagen. Das müssen wir nehmen. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ach, stimmt. Ich wollte einfach nur gucken. Okay, Profit im letzten Monat. 600. Also aus minus 599 machen wir 600 plus. Wahnsinn. Nee, welche Attraktion hatten wir denn gefixt? Diese hier hatten wir gefixt. Gut, okay, die war gerade kaputt, deswegen, ähm, na, ignorieren wir das mal. Profit im letzten Monat. 7,6, äh, 7,38 minus. Ja, so, dann haben wir es jetzt hochgepowert mit der Warteschlangenbewertung, wobei doch ein kleines bisschen Spielraum wäre. Dann werden wir hoffentlich jetzt wieder in die schwarzen Zahlen mit dem Geschäft gehen. Problematisch wird es bei den Sachen, die von Anfang an schon auf 100 waren, weil, äh, da, ne, passiert nicht viel. Hier zum Beispiel werden wir auch nicht hoch sein. Naja, okay, 78. Äh, wir bauen hier mal einen Brunnen hin. Damit wir da die 100 haben. Das passt sogar halbwegs. So, und dann würde ich da noch ein paar Büsche hinsetzen. Äh, Y. So, dann haben wir hier so einen kleinen Bogen umgekommen. So, dann sollten wir jetzt hier bei 100 sein. Gehe ich zumindest mal fest von aus. Jawohl. Ich weiß nicht, ob das Ding dann mit nochmal belebt wird. Ich kann es mir schwer vorstellen. Ähm, weil einfach das schon zu alt ist. Na, na, wobei. Ein bisschen geht sogar. Ich habe jetzt nicht auf die Bewertung geguckt. Aber hier sehen wir es. 142 minus. Das ist schon ultra schlecht. Obwohl der insgesamt... Alter, minus 28.000. Flight of the Dragon. Das ist verdammt schlecht. Also die... Oh, minus 10.000. Minus 6.000. Okay, der macht sogar Plus. Der Forge 41 plus. Selbst das Scheiß-Teil macht Plus. Wahnsinn. Minus 13.000. Okay, T-Cups haben auch 10.000 plus gemacht. 13.000. Denation K. Russell. Okay, da würden noch 5% gehen. Kriegen wir auch. Versprochen. So, damit müssen wir es auch nicht haben. Welche letzten Löcher. Okay, das Teil reicht schon aus. Wunderbar. Gut, dann sind wir da auch bei 100%. Äh, Pip-Shot, blablabla. Ja, hier, das war das, was ich eigentlich jetzt machen wollte. Äh, da muss ich allerdings mal ein bisschen tiefer in die Szenerie-Kiste greifen, glaube ich. Oh, und was ist das hier? Ach so, der Geschenkehaufen. Stand der nicht hier irgendwo schon rum? Hab ich nicht irgendwo so einen Geschenkehaufen schon mal gebaut? Oh, egal. So, damit sind wir bei 100%. Schön. Hong Busch. Wer kennt ihr nicht? Olle Hong Busch. So. Ach ja, ich wollte übrigens immer mal den Strand machen. Hab ich aber noch nicht gemacht. Naja. Äh, so. 10%. Das geht besser. Ähm. Gebäude. Oh, klar. Hast du irgendwas kleines, feines, extravagantes Märchen? Okay, das ist zu groß. Turm. Aber den Turm hab ich hier irgendwo gebaut schon, ne? Genau, der steht da hinten drin, ne? Alter, was ist das? Promenade. Piratenvilla-Gebäude. No, no, no. Ja, dann hier die modernen Gebäude und hier unten noch Sci-Fi. Weil das ja vom Sci-Fi her passend wurde. Okay, dann gehen wir nochmal ins Scenerie. Übrigens 11.000 haben wir gerade plus. Ohne, dass ich es beschwören möchte. Ohne, passt das nicht hier hin? Okay, irgendwas ist blockiert. Alter, wenn der nur ein Bad brüllt. Auf die Wagen. Hier sind Plant Coaster außerirdisch? Alter. Okay, das können wir aber hier hinsetzen. Ich glaub, das würde noch hinpassen vom Platz, ja. Ich muss hier mal kurz ein bisschen verschieben. Ja, das passt aber auch haargenauer. Dann führten wir da noch ein paar Bushis bauen. Dahlien. So, da können wir noch ein paar Blumen rausgucken lassen. Oh, erkennt man die? Jawohl, die erkennt man. Sehr schön. So, dann sind wir hier schon bei 72 Prozent, ne? Hier noch ein paar Findlinge rein. Und ein, zwei kleine Bäumchen. Und zwar wirklich die kleinen. Wird das die kleinen? Ah ja. Da müssen wir jetzt leider darauf achten. Da können wir keine Bäumchen bauen, sondern müssen die Büsche leider benutzen. Weil die Attraktion halt ausschlägt. Also hier so nach vorne und hinten. Und das wäre ungünstig. Und zwar wirklich ungünstig, wenn wir da irgendwo hängenbleiben würden. So, nochmal so ein Scheißteil hin. Okay, so, dann sollten wir bei 100 Prozent sein. Naja, 83. Better than nothing. Jetzt sollte hier hoffentlich wieder der ein oder andere Gast mehr kommen. Da kommen schon die ersten drei. Äh, ich weiß nicht, hat das hier Auswirkungen? Ja, 61. Wunderbar. Dann hat das auch nochmal einen kleinen Schub bekommen. Äh, Warteschlange für Susu ist zu voll. Okay. Ja, na gut. Weil halt nur vier oder acht Leute maximal raufpassen, ne? Das ist dann natürlich ungünstig. So. Oha. Die Zufriedenheit steigt, meine Damen und Herren. Wir sind aktuell schon wieder bei 75 Prozent. Okay, Durst. Ignorieren wir mal wieder. Mann, Alter, was mit dem Durst. Ich habe übrigens irgendwann mal am Folgenende gesagt, dass ich hier... Ach, haben wir auch gebaut. Aber der war scheiße, ja. I remember. I remember. Hm, hm, hm. Okay, wir bauen ein neues Fahrgeschäft. Also. Wir haben ja eh genug Geld. Und zwar bauen wir die jetzt hier hinten. Äh, ich würde gerne den Park wieder ein bisschen quasi, ja, erweitern. Aber als erstes bauen wir einen Weg. Äh, das sind die Zehnerwege, oder? Ne. Achterwege leider. Ist ungünstig. Äh, ändert nichts. So, da bauen wir eine Verbindung. Was verdammt viel Sinn macht. Und das meine ich wirklich ernst. Denn jetzt können die Leute von hier oben gleich nach hier hinten kommen. Und hier werden wir Fahrgeschäfte bauen. Und zwar, The Victoria. Das geht nicht, weil das Ding ausschlägt. Natürlich. Setzen wir The Victoria hier hin. So, Ausgang gleich nach vorne. Und eine... Achso, ja, hätten wir natürlich auch oben drauf klicken können. Egal. Ich glaube, hier passen auch ein paar mehr Leute drauf. Okay. So, eröffnen. Wir haben einen Preis von 4 Dollar. Okay. Ich hätte jetzt irgendwie das Doppelte vermutet, aber okay. Äh, Gebäude. So, wir waren hier beim Märchen. Märchen hat sie das nicht aus. Ich habe wohl ein bisschen Angst, dass das Schiff da reinkracht. Was ist das hier? Hätten statt Dockerbäude. Wenige Scheiße. So, haben wir noch irgendwas Märchenhaftes an Szenarien? Was ist die Glückwunsch mal entfernt? Ja, das Plankloaster-Ding. Wollte ich wohl ins... Ach, kann man hier auch nicht setzen? Ich kann jetzt was da hin. Ist egal. Ähm... Erhöhtes Blumenbeet. Auch schön. Sehr schön. Das X markiert die Stelle. So, jetzt müssen wir hier aber schon bei 100% sein, oder? Ja. Ja, gut, hier vorne die Ufos kommen. Auch geil. Ähm... Haben wir noch irgendwas Märchenhaftes? Ach ja, hier Marktstände beispielsweise. Können wir auch nochmal setzen. Den großen werden wir nicht hinkriegen. So, dann noch ein paar Büsche nebendran. Schade ist, dass das hier, die Dahlien und so weiter, die nicht als Büsche gibt. Das würde ich halt auch noch ein bisschen feiern, aber das gibt es leider nicht. Oh, grüner Laufsch... Ach man, ziehe ich was Größeres noch? Okay, gut, das Schiff rastet nicht in den... In das Gebäude ein und auch hinten nicht in den Baum hoffentlich, oder? Ne, schwingt genau dran vorbei. So. Ja, mal gucken, ob wir hier neue Gäste mit anziehen können, mit dem Teil. Äh, hier vorne würde ich auch gerne nochmal einen Getränkestand bauen. Also, Getränke- und Fressstand. Das ist ein doppeltes Ding. Ähm, das hier, Märchendorff-Laden. No, no, no. Gleich gegenüber. So, dann müssen wir aber ganz kurz nochmal ändern. Was bist denn du? Ihr seid beides kosmik-kau-milkshakes, hm, ja. Kriegt der eine raus und wird zu nem... Bissi gut. Und? Mäßig geht. Mäßig geht. Jo, danke. Haben wir das auch? Ah, wo ist denn hier das nächste Personalgebäude? Ich glaub, hier vorne irgendwo. Langer Weg? Oder hier oben? Ich wollt hier mal eins setzen. Ich erinnere. Okay, das sieht immer noch scheiße aus, aber egal. Hier ist ein Personalgebäude. Was, was, was? Sicherheitsdienst hat gekündigt? Hier, komm mal zurück, Digger. Äh, warum hast du gekündigt? Hab ich euch nicht ausgebildet? Was? Warum hast du gekündigt? Muss ich mich verarschen? Verarschen? Ist der einzige, der unzufrieden ist. Aha. Oder hab ich dem vergessen, das Gehalt zu geben? Dann tut's mir leid. Okay. Naja, gut. Er ist wieder da. So, hier mal kurz mal wieder ersetzen. Verlwind ist inzwischen sehr alt. Denk über den Imagewechsel nach. Herausforderung. Ah ja, guck mal eine an. Haben wir gleich zwei Stück geschafft. Oh, da ist man wieder mit dem Kommen aber. Oh, eine Achterbahn, bla bla. Wobei, wir hätten die Achterbahn fast mal bauen können. Na, egal. So, wir waren jetzt hier hinten. Beschäftigt. Liebstahl-Volumet. Apropos. Pause. Oh, ich werd's so bereuen jetzt. Ah, Personal. Okay, das war das Unwichtigste überhaupt. Hausmeister würde ich gerne alle verbessern. Okay, wir gehen auf 85. Und die Meisterstufe wäre dann 100. Hab ich den jetzt schon gemacht? Zumindest alle auf Stufe 3 erstmal bringen. Okay. Wie viele grad mal Pause machen. Unfassbar. Zwei, drei, vier, fünf. Fünf Leute sind schon wieder Pause machen. Okay, gut. Dann haben wir erstmal die ganzen Hausmeister auf Stufe 3. Techniker würde ich gerne auch alle auf Stufe 3 haben. Ich find zwar das Gehalt ein bisschen übertrieben, aber egal. Das werden wir dann bei der nächsten Stufe anpassen. Das war auf 190 und dann 200 gehen. So, Sicherheit. Die sind alle auf Stufe 2. Oh Gott. Das ist halt das Arschteure. Die würde ich gerne alle auf Stufe 3 kriegen. Aber das kostet richtig Arscher. Kostet hier 750 schon, ne? So, Jesse Blackman. 7, 8, 9, 10, 11, 12 haben wir gerade. Und wir haben Minus gemacht. Achso, klar. Weil die Ausbildung mit dazu zählt. Die Ausbildung zählt mit quasi in die Parkverwaltung mit rein. Okay, Dieb wurde schon geschnappt. Fünf Stück. Wie ist denn generell die Kriminalität? Also Zufriedenheit ist 75. Das finde ich einen akzeptablen Wert, 75. Damit kann ich tatsächlich absolut leben. Okay, nur noch 205 Taschendiebstahlopfer im Park. Also wir hatten ja schon mal deutlich, also nein, deutlich nicht, aber wir hatten auf jeden Fall schon mal mehr. Damit kann ich leben. 205. Ah, die Quote ist halt natürlich unterirdisch, ne? Verfolgte Taschendiebe und festgenommen, ne? Ist mal so ein bisschen über 10% gerade mal. Mehrere Fahrgeschäfte wurden repariert. Okay, eins ist noch kaputt. Okay, Zufriedenheit Personal. 97%. Das läuft. Wer ist denn unzufrieden? Kann man mal gucken. Ah ja. Ach, ich habe hier zwei Verkäufer noch nicht ausgebildet. Ach ja, klar. Das sind die, die ich gerade neu dazubekommen habe. So, hier dürftet ihr jetzt auch dann auf... Stufe... Äh, auf Zufriedenheit Level 100 kommen. Oha. Mexellente ist vom Parkeingang aus nicht erreichbar. Okay, deswegen ist er auch ein Gast, oder was? Mich verarschen. Soviel dazu. Geht also. Ich glaube, er wurde gemeldet. Bla, bla. Mehrere Läden haben keine Verkäufer. Oh, da hat irgendjemand ein Revival. Heverswing One erlebt ein Revival. Echt so alt ist das schon? Okay. Oh, übrigens. Wo war das? Hier. In sechs Monaten wird dieses zum Dings. Imagewechsel dreht für einen Fall. Ich stehe die Zeit zurück und gibt dem Status etabliert. Nö. Das ist ja Quatsch. Verhalten war, verlieren ein Mädchen, dass sie schließlich veraltet sind. Meine Fahrer sind nicht besonders beliebt und haben nur 80% noch mal ein Prestiges. Wir haben im Falle den Gewinner, allmählich prestig, bis zu den Klassiker werden. Und dann bist du bei 110%. Also wie am Anfang quasi. Es endet, wie es begann. Kann man mal so festhalten. Die Tür haben, dass ich mehr zu zahlen. Okay. Adler, Werder, 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 Werder. Ja. So, Diebstahl aufgeklärt. Diebstahl, Diebstahl. Naja, okay. Minus eins quasi. Schneeadler wurde repariert. 3,5. Okay, wir haben aber wieder 5300 Gäste. Und ich mache immer noch kein Marketing, ja. Also überlegt mal, ich würde jetzt noch Marketing machen. Dann wären wir dann wahrscheinlich so bei knappen 4000. Und dann würden sie uns wieder die Bude einrennen und naja. So, Pipshot, Pipshot. Maxellente, Galbi, Ice Shaken. Zu viele Gäste versuchen, das Ding hier zu benutzen. Auch geil. Einfach so ein 0815 Greifautomat. Der die Gäste anzieht. Sehr schön. So, ist hier jetzt eine Schlange? Nö. Obwohl, die Reihe ist voll. Die andere Seite ist noch komplett leer. Ah ja. Oh ja. Ich sag mal. Es gab schon mal weniger Gäste auf dem Fahrgeschäft hier. Ach so, wo kann ich sagen, was ist denn das? Alarm. Alarm, meine Damen und Herren. Alexia Machine ist nicht mehr neu. Aber wir haben uns tatsächlich erst einmal, ich betone es extra fürs Spiel, erst einmal erholt von den ganzen Strapazen. Ob wir das tatsächlich auch so weiter beibehalten, das werden wir dann in den nächsten Folgen miterleben. Für die heutige Folge war es das erst einmal und für mich war es auch in meiner Aufnahmesession die letzte Folge. Ich glaube, es waren jetzt acht Folgen oder sowas, die ich aufgenommen habe. Ähm, also es ging von ganz tief bis okay. Dann ging es nochmal richtig in den Keller. Ja, und jetzt haben wir den Schritt nach vorne auf jeden Fall mal geschafft. Ähm, ausgeglichener Park. 5.400 Parkgäste. Also wir können uns ja mal ganz kurz die Statistiken angucken. Ähm, ach so, ihr müsst erst mal Pause machen. Äh, Übersicht. Sagen wir mal, wir haben jetzt seit, ja, Jahr 8, das passt ganz gut eigentlich. Ähm, hier war der, war hier der erste? Nee, hier war der zweite Einbruch. Also wo wir das, das Teil hier hinten gebaut haben. Müsste hier ungefähr gewesen sein. Obwohl, Jahr 8, echt? Ah ja, doch, kommt hin. Da war der Einbruch. Dann haben wir uns ein bisschen berappelt. Dann gab es den nächsten Einbruch, warum auch immer. Oder war das das Teil hier? Wo ist es denn, das hier? Nee, das, stimmt, das war der Einbruch, glaube ich. Das hier war der Einbruch. Ja, dann sind wir gleich nochmal nach unten gesackt. Ja, und dann ging es hier hin und her und hin und her. Es hat immer so eine Auf und Abs, warum auch immer. Jetzt sind wir gerade wieder in so einer stabilen Phase. Und fast so gut wie nie zuvor. Was die Gesamtheit unserer, unseres Parks betrifft. Pass mal auf. Jetzt 6, 3, 6 ist, glaube ich, so mit das Beste. 3, 5 haben wir noch nie überschritten. 3, 6 ist jetzt das absolute Maximum, was wir bis jetzt hatten. Sehr schön. Ähm, ja gut, Fahrgeschäftsbewertung. Weiß gar nicht, was da alles reinspielt. Aber das, das geht dann auch so hin und her und hin und her. Ah ja, es stagniert, sag ich mal, ne? Szeneriebewertung, das ist, ah ja, okay. Bonus für ausgeglichenen Park. Das, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Zumal wir hier mal kurzfristig mal komplett bei Null waren. Ah, jetzt hat sich so ein bisschen stabilisiert bei 200 irgendwas, ne? 280, ja. Äh, okay. Ja, gut, finanziell. Also jetzt geht's natürlich wieder, ne? Wenn man sich auch mal hier die Ergebnisse anguckt aus den letzten... Ja, okay, hier haben wir Fortbildung betrieben. 2000, 10.000, 4000. Ja, wird auch so enden bei 4000. Ähm, also das läuft jetzt alles wieder. Wir haben kontinuierlich Geldfluss. Läden und Servicegebäude machen dauerhaft plus. Das ist sehr schön. Gucken wir mal, was wir beim Gehalt sind. 10.900. Das läuft, ne? Das läuft. Diagramme. Kann man auch mal die letzten 5 Jahre machen. Äh, Läden und Servicegebäude. Naja, es geht halt immer hin und her. Das ist blau. Das müsste Fahrgeschäft und Ticket sein. Okay. Was ist das, grüne? Parkverwaltung? Achso, das sind die Ausgaben. Logisch. Ich würde gerne mal so eine Übersicht mit, ähm... Mit Parkbesuchern und sowas sehen. Aber das gibt's irgendwie nicht. So, okay. Weiß nicht, warum hier schon wieder randaliert wird? Gäste. Hier müssen wir es sehen. Da, hier. Okay. Machen wir die letzten 5 Jahre. Ja, 5.000 ist immer so angekratzt. Und jetzt, seit 2, 3 Monaten sind wir dann über die 5.000er Marke mal gekommen. Das läuft. Und wie gesagt, wir machen immer noch kein Marketing. Also, wenn ich jetzt nochmal in Marketing investieren sollte. Oder würde. Uha. Also, ich glaub, dann schaffen wir auf jeden Fall die 6.000. Ob ich das will? Ich glaube nicht. Äh, denn mir ist es momentan jetzt schon wieder, naja, fast zu viel. Zufriedenheit, ja, geht auch schon wieder ein bisschen bergab. Hier, Durst und Hunger. Alter Schwede. Das sind unfassbare Werte immer. Also, Durst. 55. Also, gefühlt hab ich das... Hab ich ja nicht eine... Nicht einen, äh, Laden, der Getränke verkauft. Zumindest, wenn ich nach den Werten hier immer gehe. Naja. Mal gucken, ob wir das in der nächsten Aufnahmesession da ein bisschen besser hinkriegen. Also, was heißt besser hinkriegen? Aber, dass wir dann die Werte mal so ein bisschen stabilisieren können. Was Essen und Trinken betrifft. Weil, das ist halt echt ein Problem noch. Ich weiß nicht, wie ich dem her werden soll oder kann. Ja gut, hierüber reden wir nicht. Ich weiß immer noch nicht, warum hier so ein Mega-Andran ist. Hier hinten hat es sich aber ruhig. Aber hier die Ecke, das ist ja immer noch absolutes Ghetto. Schönes Moloch. Gut, okay. Dann machen wir jetzt Feierabend. Nachdem wir jetzt hier nochmal die Aufnahmesession ein bisschen ausgewertet haben am Ende. Und ja, dann sehen wir uns übermorgen wieder. Katsch. Eventuell morgen. Also, bei Planet Coaster bin ich mir immer unsicher. Da gebe ich keine Versprechung. Aber ich denke, wir werden uns nochmal wiedersehen zu einer weiteren Aufnahmesession. Und zu ein paar neuen Folgen. Ob das genau ab morgen weitergeht, muss ich mich mal überraschen lassen. Wie ich es zeitlich hinbekomme. Und ja, dann sage ich bis die Tage. Haut rein. Ciao und Tschüss.